Ja, hi, ich bin's, Olaf Henning. In dem folgenden Beitrag geht es um die Übungsausführung der Innenrotation. Viel Spaß dabei! Du stehst Hüft bis Schulter breit und der Oberarm des ausführenden Arms ist fest am Körper. Außerdem ist der Ellenbogen um 90 Grad gebeugt. Und nun siehst du das Band durch Drehung des Arms nach innen. Untertitelung des ZDF, 2020